So, hallo meine lieben Freunde und ein ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Digimon Masters Online hier heute am Start Yo, Ed kam ja Ziemlich, ziemlich lange nichts mehr, ich glaube jetzt schon 8 Tage, aber also heute 8 Tage kam nichts mehr Yo, hatte den ganz einfachen Grund, ich habe mir mal eine kleine Auszeit genommen Weil ich habe mal ein bisschen gechillt und ich war auch noch in, sozusagen wenn man sagen kann, in Urlaub Auch jetzt, wenn es nicht lange war Und da hatte ich einfach gar keine Lust DMO oder sonst was zu spielen und yo Dann habe ich mir einfach so gedacht, so, alles klar Machst einfach gar nichts und ja, habe ich die ganze Zeit eigentlich LOL gespielt Ich habe viel LOL gespielt, sehr viel LOL Habe es nicht aufgenommen oder so, weil ich auf meinen Hauptaccount gespielt habe Aber ich habe gar nichts, also ich habe überhaupt keine Lust mehr auf DMO gehabt Habe es auch momentan eigentlich nicht so Mein Gott, warum bin ich denn so wenig im Bild So, wen holen wir uns denn als erstes Ethemon war das, ne? So, dann hole ich mir den mal rein So, und jetzt zurück Los, 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 los Direkt hier rein In the wand Oh fuck, das war wohl nix So Killen wir erstmal hier, die Daterer und scheiß drauf So, mal gucken, ob wir das richtig gemacht haben Hat der uns kein Damage gerückt, wenn wir da an der Wand sind Müsste ich eigentlich nicht Ja gut, geht auch Oder? Gut Ähm, ja Ähm, keine Videos kamen und so Und ja, das wird jetzt ein längerer Part Denn ich gehe jetzt mit meinem Cousin jetzt nochmal fünfmal oder sechsmal hier In den Datermon Hero Dungeon rein Und weil wir das jetzt mal eben hier alles machen wollen Hab den gefragt, ob der Bock hat Und, äh, jo Dann wollte ich noch ein bisschen so ein paar Sachen klären So, was Digimon angeht Momentan ist ja echt tote Hose hier auf dem Server Wir haben zwar in der Gilde wieder alles aktiv Wir haben jetzt alle Co-Leader wieder Wir haben jetzt gestern den letzten Co-Leader bestimmt Und, ähm, ja, Okoro ist jetzt hier der letzte Co-Leader geworden Und dann haben wir ja noch Yamori, den Ritchi Der ist auch, ja, Co-Leader Und, ja, sind wir wieder komplett Was den Liedern angeht So, Geld habe ich überhaupt nichts mehr Das ist mein letztes Geld Ich habe überhaupt gar nichts mehr Ich habe nichts Das ist so Hardcore Ich habe einfach gar kein Geld mehr, Mann Das ist, das ist so, als ob ich, weiß ich nicht Als ob ich ein Anfänger bin, der noch Der froh ist, wenn er 500 M hat oder so Und, ähm, jo Auf jeden Fall richtig scheiße Aber was will man machen, ne? Und Ja, Digimon Was Digimon angeht Ich weiß echt nicht, was ich machen soll, Leute Ihr müsst mir ja echt helfen Ähm, ich habe einfach kein Plan, was momentan nicht machen soll Habe auch eigentlich gar keine Lust mehr irgendwie aufzunehmen, so Ich habe auch Ehrlich gesagt Ja, würde ich jetzt eigentlich warten wollen, bis das Update rauskommt Also, bis wir Bis am, äh, bis am 1.8. ja jetzt hier alles gewechselt wird und sowas Und, ja, da bin ich halt richtig drauf gespannt, ob da jetzt daraus was wird, ne? Oder auch nicht Aber momentan weiß ich echt nicht, was ich tun soll Ich habe auch irgendwie gar keine Motivation, irgendwie was zu machen, weil Ja, weil alles so kacke ist momentan hier auf dem Server Und, äh, ich hoffe, ihr könnt mich da auch ein bisschen nachher verstehen Weil, ich habe schon von vielen gehört, die auch bei mir unter den Kommentaren geschrieben haben Oder auch generell mit Leuten, mit denen ich privat in DMO geschrieben habe Dass sie auch alle momentan gar keinen Bock mehr haben Oder auf KDMO gewechselt sind Weil auf KDMO geht ja momentan auch richtig die Post ab So wie ich gehört habe Dass am Wochenende 1000 XP-Boost, äh, 1000 XP-Wochenende ist und sowas Und wöchentlich, glaube ich, 4 bis 500 Also, das ist schon echt Hardcore Also, das schwenkt schon, um wirklich hier zu wechseln, ne? Und auf KDMO zu gehen Aber ich habe auch erst gesagt Ich habe gestern Auch noch Gestern war ich das erste Mal seit langem auch wieder im TS Und habe auch mit den Leuten da geredet Und habe denen auch gesagt Leute, wenn sich am 1.8. Also, gucke ich mir das Update, was weiß ich, ein, zwei Monate an Ändert sich da nichts Dann verpüße ich mich hier vom Server Dann haue ich ab Dann spiele ich KDMO oder so Weil ich werde auf jeden Fall nicht, äh Ich werde auf jeden Fall nicht weiterspielen, wenn es so kacke bleibt Also, ne, dann höre ich Äh, dann höre ich freiwillig mit Demo auf Das kann ich jetzt schon mal sagen, also Wenn das Update so scheiße wird Mein Gott, ey, weil wir gelauert haben da zu lange hier, äh Warte mal, ich frage mal, äh Gleich noch jemand Plus Startermon Hero Mal gucken, vielleicht Haben wir ja noch ein paar Geht jetzt schneller, nächstes Mal Aber ich mache die ganzen Pass-Cards Mache ich jetzt erstmal noch Weil die will ich weghauen jetzt Dann haben wir die Buffs noch alle an Jo Ja gut, das einzige, was jetzt hier so lange dauert, ist, äh Ist halt hier Datamon, ne Aber ich glaube Den müssen wir eh nur einmal killen, ne Für die Für die Hero-Crest Für die Daily Und jetzt Wurden auch viele gefragt, warum keine Videos mehr kommen Und jetzt habt ihr ja eure Antwort und so Konnte mir eben nur zwei Daten Mal Pass-Cards holen, wenn nicht Na gut, dann machen wir den nur zwei Zweimal, kein Ding Werde ich auf jeden Fall alles in einem Video machen Damit mal ein etwas längeres Video kommt Und ich hab mal da eine Frage Ich hätte da Ich hab ja auf meinem Kanal schon mal, ähm Ähm Ein paar Pokémon Let's Plays gemacht Die sind jetzt nicht so dolle angekommen Aber ich mein, gehört ja auch so ein bisschen Zum, zum Zu dem Stil auf meinem Kanal, den ich grad so hab Und Ich zocke die Spiele wirklich gerne Ich bin auch momentan auch wieder Auf dem Handy am zocken Hier ist Maragd, bin ich am zocken Und ich wollte einfach mal fragen Hab da Bock irgendwie, wenn ich Wenn ich Pokémon Let's Play So, ich weiß nicht Von Anfang an bis Ende Also ich kann jetzt nicht hier die neuen Äh, Spiele Let's Playen Hier mit 3 Days und so Weil ich nicht so ein ungebohrtes Ding Hab Aber ich könnte schon Pokémon Weiß Bis Pokémon Weiß 2 könnte ich Let's Playen Und, äh Dann würde ich so eine Reihe starten Dann würde ich immer ab und zu so einen Wechsel machen So mit dem, oh Digimon und so Dann könnte ich Ja, dann haben wir auf jeden Fall immer was zu gucken Ich hab dann auch wieder Bock Wieder Videos zu machen Und Generell Lust wieder Ja, zu zocken Und da würde ich euch einfach mal fragen Was haltet ihr von dem Vorschlag Und, äh Ja, schreibt es mal in die Kommentare Oder generell so Anime-Spiele Für Playstation 1, 2 oder so Oder generell andere Online-MMOs, die auch so ein Anime-Style haben Oder so Einfach mal so in die Kommentare schreiben Was ihr da so habt Wäre auf jeden Fall richtig nice von euch Dann würde ich mich da mal rum kümmern Weil ich wollte jetzt Wirklich mal langsam mal was anderes zocken Aber ich finde einfach gar nichts Ich finde nichts Das ist echt mies momentan Deswegen, Leute Schreibt mir in die Kommentare Wäre auf jeden Fall richtig nice Guckt euch bitte den Bart bis, bis hier hin an Aber ich denke mal schon Ein paar gucken sich den ja bis Ende an Und, äh So, den haben wir down So, jetzt hole ich mir noch den rüber Den Sack Komm rüber, du Sack Muss jetzt, glaube ich, niesen So, dann gehen wir mal eben hier rüber Ey, da liegt was Liege Klumbox Na komm Ich sollte auch schon hier rein Angriff Ach, der haut schon wieder ab Ja man, sauber Sauber, sauber, sauber Fabian Sauber Bleibt da drin Sauber Super gemacht Sauber So wollen wir das sehen So wollen wir das sehen Der geht auch ein bisschen schneller down Das ist halt das Gute So und fall Ich stelle das Video jetzt gleich sofort online Und wenn ich heute Ja, eine Mehrzahl an An Kommentare habe Werde ich mich gleich ransetzen Und dann heute Abend schon Die erste Folge hochladen Das verspreche ich euch Aufs Übelste Wenn nicht sogar Zwei Folgen, wenn ihr wollt Auf jeden Fall Und Digimon ist ja dann für heute schon gedeckt Würde ich sagen Und Ja Er ist gedeckt Für heute Mal gucken, was morgen kommt Ob ich dann auch schon Vorschläge habe Ich habe von Frozen Soul Auch jemand, der sehr fleißig kommentiert Bitte nicht auch sehr In Digimon schreibe Und Ja, eigentlich relativ viel Kontakt mit ihm habe Er hat gesagt Ob ich nicht vielleicht bei meinen Tentomon Bis zum Burst Modus leveln könnte Weil ich es ja schon Tausend Jahre in meiner Box Auf Level 1 habe Und Ja, da hat er ja auch eigentlich recht Habe ich auch Ich habe es ja wirklich lange Schon dort drinnen Nur das Blöde ist Ich habe kein Burst Modus Item für den Das ist halt der Doofe Und Da bin ich halt am überlegen So, was habe ich Ich habe hier auch noch geschafft Hier Ihr wisst ja Mein Ring auf 200% zu bekommen Habe zwar ein bisschen wenig AT Aber ich meine Besser als gar nichts Ich habe doch keine Ausgabe Zurück Warum 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 ist die Banane krumm Ja, ja So ein fettes Datamon Hero Ach nein Er haut ab Er hat sich bewegt Hat er nicht Bleib bloß da drin Mein Freund Bewege dich kein Stück Sonst haut er uns gleich ab So, so Schnell, schnell, schnell Der hat erstmal 50% Und gleich gehen wir hier nochmal rein Also wird der Park bestimmt So 21 Minuten lang Oder so Wenn dann nur eine Ich konnte mir nur Eben nur zwei Passcats holen Wenn ich Ja gut Das ist kein Ding Irgendwie sind wir auch Recht langsam hier Ne Treffe ich den überhaupt Ja Treffen tue ich den Wir müssen mal mehr Spells Hier einsetzen Oder wir sind einfach zu schwach Habe ich so das Gefühl Na gut Ist auch Hero Ne Mit Dingen Zwei mal fertig Mit Normal Na los Warum setzt ihr denn die ganze Zeit Seine scheiße F1 ein Setz doch deine F2 ein Hallo Drück da drauf Da passiert einfach gar nichts Wenn ich F2 drücke Nur 1000 Jahre später Na man Na man Na man Oder soll ich den In 15 Minuten Part splitten Dann ich jetzt gleich Auf Aufhöre Noch ein Part mach Und den dann später Hochlage Dann habt ihr nämlich Zwei Folgen zum gucken Dann mach ich das doch einfach so Dann mach ich das doch einfach so Oder ich stell den Morgen hoch Kann ich auch machen Oder erst abends Ja oder abends Abends ist gut So 25% hat dieser gute Mann noch Der gute E-Di-Morgen Hau raus Hau raus Boom 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 20% noch Ach ja Das dauert Das dauert Aber ist ja egal Hauptsache Ich dreh irgendwas Nein Er bewegt sich Er bewegt sich Nicht abhauen Nicht abhauen Mein Freund Nicht abhauen Er ist nicht mehr in der Wand Ist die Scheiße Jetzt spawnt er wahrscheinlich Seine Goblimons Oder so Wenn der das ist Ich glaub oder Ich gar nicht Hau den weg Los F2 Alter Schwede Ich will gar nicht wissen Wie viel HP der hat Ey Na das war Jetzt geht's los Jetzt kriegen wir aus dem Maul Der Spawnty Goblimon Scheiße Geh da rein Jawohl Jetzt müssen wir uns gleich nur übel beeilen Oho Krasser Shit Jetzt sind wir hier fett in der Wand drin Alter Schwede Ich hoffe die verschwinden jetzt gleich Jetzt müssen wir gleich mit voller Power da rein Auf jeden Fall Okay So Und go Abhauen Oha Wie viele Gase Oha Schnell abhauen Oha Glück gehabt Alter Der ganze Raum war ja voll mit Gasimon Alter Das ist wenn man da so einen kleinen Fehler rein macht Ne Wenn man Nicht richtig in der Wand drin ist Aber hoffentlich sind sie nicht gestorben Gut Ich geb da mal Die Pass Ach Die Daily ab So Alles klar Gut Dann würde ich sagen meine lieben Freunde War es das für diese Folge Ich hoffe sie hat euch gefallen Bitte bitte Schreibt in die Kommentare rein Ja Wie ihr das alles findet Was Wie momentan abgeht Ob ich das machen soll Was ich gerade erzählt habe Alles Und dann würde ich sagen Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder Tschüss